Du wirst manipuliert. Jeden Tag. Aber vielleicht nicht so, wie du jetzt denkst. In diesem Video zeige ich dir, wie du dich vor dieser Manipulation schützen kannst. Aber welche Manipulation meine ich? Das wüsstest du wohl gerne, hm? Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und schreibe jetzt das Wort Algorithmus in die Kommentare, denn ansonsten wirst du es nie erfahren. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Du hast doch auf dieses Video geklickt. Ja, ich habe dich gerade manipuliert. Hat das funktioniert? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Indem ich dir bewusst Informationen vorenthalten habe, habe ich mit deiner Neugier gespielt. Du willst unbedingt wissen, welche Art von Manipulation ich meine und genau deshalb wirst du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dranbleiben. Ich habe diesen Effekt verstärkt, indem ich dir gesagt habe, dass du es nie erfahren wirst, wenn du nicht bis zum Ende dranbleibst. Dadurch schaffe ich in dir das Gefühl, dass du etwas verpassen könntest, was du auf keinen Fall willst. Das nennt man FOMO. The Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Außerdem habe ich dich dazu aufgefordert, das Wort Algorithmus in die Kommentare zu schreiben. Das ist eine Form des Social Proofs oder auch des sozialen Beweises. Wenn du siehst, dass andere das tun, wirst du dich unter Druck gesetzt fühlen, es vielleicht auch zu tun. Dahinter steckt aber natürlich auch die Absicht, das Video dem Algorithmus schmackhaft zu machen. Und schließlich habe ich mit umgekehrter Psychologie gespielt, indem ich dir das Gefühl gegeben habe, dass du die Kontrolle hast, obwohl ich dich eigentlich durch meine Worte lenke. Selbst das Thumbnail ist ein gezielter Manipulationsversuch. Hast du erkannt, warum? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. In diesem Video erkläre ich dir verschiedene Manipulationstechniken, die häufig beim Anbahnen von Personen verwendet werden und ich zeige dir, worauf du achten musst, um diese zu erkennen. Wichtig, dieses Video ist ausschließlich zu Bildungszwecken gedacht. Bitte nutze das Wissen aus diesem Video nicht, um andere zu manipulieren, sondern versuche stattdessen Manipulationsversuche zu erkennen. Vielen Dank. Doch was versteht man eigentlich unter Anbahnung? Im Geheimdienstkontext bezieht sich Anbahnung auf den gezielten und systematischen Aufbau einer Beziehung zu einer Person, die Zugang zu wertvollen Informationen oder Ressourcen hat, um diese später für nachrichtendienstliche Zwecke zu nutzen. Der Prozess kann von Spionen oder Informanten durchgeführt werden und ist ein zentraler Bestandteil der Rekrutierung, Informationsgewinnung oder dem Aufbau eines Netzwerks von Quellen. Ein solcher Anbahnungsversuch läuft meistens in mehreren Schritten ab. Zuerst findet eine sorgfältige Auswahl des potenziellen Ziels statt, das Zugang zu sensiblen Informationen oder strategischen Positionen hat. Dabei kann es sich um Regierungsmitarbeiter, Wissenschaftler, Geschäftsleute oder Militärs handeln, die in relevanten Bereichen tätig sind. Danach werden durch verschiedene öffentlich zugängliche Quellen so viele Informationen über das Ziel gesammelt, wie es geht. Das kann durch passive und aktive Footprinting-Techniken geschehen. Danach wird versucht, eine freundschaftliche oder berufliche Beziehung zu dem Ziel aufzubauen. Das Vertrauen wird durch wiederholte positive Interaktionen, gemeinsame Interessen oder durch gezielte Hilfsbereitschaft und Unterstützung aufgebaut. Anschließend wird versucht, das Ziel emotional zu binden, indem persönliche Schwächen oder Bedürfnisse ausgenutzt werden. Dazu gehören finanzielle Abhängigkeiten, emotionale Unsicherheiten oder ideologische Überzeugungen. Manchmal wird eine Person auch durch materielle Vorteile oder Belohnungen angezogen. Während des Anbahnungsprozesses wird das Ziel oft in kleinen, unauffälligen Schritten in eine Zusammenarbeit gelenkt, ohne dass es Verdacht schöpft. Zunächst könnte das Ziel zum Beispiel um scheinbar harmlose Gefälligkeiten gebeten werden, bevor später größere Anforderungen gestellt werden. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Zielperson schrittweise in eine Situation zu bringen, in der es keine andere Wahl hat, als zu kooperieren. Das kann finanzieller Druck, die Erpressung mit belastbarem Material, die Bedrohung von Karriere und Ruf oder das Versprechen von Schutz und Vorteilen sein. Doch auch im persönlichen, wirtschaftlichen und romantischen Kontext finden Anbahnungen statt. Stell dir vor, du beginnst einen neuen Job in einem Unternehmen und ein Kollege, den du kaum kennst, schenkt dir plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit. Er lädt dich mehrmals zum Mittagessen ein, macht dir häufig Komplimente zu deiner Arbeit, obwohl du erst seit kurzer Zeit dort bist und bietet dir oft Hilfe an, selbst bei Dingen, die du nicht wirklich benötigst. Du könntest das Gefühl bekommen, dass diese Aufmerksamkeit übertrieben und nicht ganz aufrichtig ist. Später stellt sich heraus, dass dieser Kollege ein persönliches Ziel, wie zum Beispiel eine Beförderung verfolgt, für die er deine Unterstützung im Team benötigt. Wenn du die Anwaltsserie Suits gesehen hast, dann wirst du vermutlich genau wissen, was ich meine. Ein anderes Beispiel. Du lernst jemanden auf einer Party kennen, der sich außergewöhnlich für dein Berufsleben und deine Projekte interessiert. Diese Person fragt nach deinem beruflichen Werdegang, deinen Kontakten und deinen aktuellen Herausforderungen. Anfänglich erscheint das Interesse freundlich und authentisch, aber nach einigen Treffen merkst du, dass alle Fragen darauf abziehen, herauszufinden, wie diese Person ihre eigenen beruflichen Vorteile durch deine Netzwerke oder Ressourcen erlangen kann. Im Nachhinein wird klar, dass das gezielte Interesse weniger mit persönlicher Neugier, sondern mit einem geschäftlichen Eigeninteresse zusammenhängt. Angenommen, du lernst jemanden über eine gemeinsame Aktivität, zum Beispiel einen Sportverein, kennen. Schon nach ein oder zwei Treffen beginnt diese Person, sehr persönliche Themen anzusprechen und lädt dich zu privaten Veranstaltungen ein, obwohl ihr euch kaum kennt. Innerhalb weniger Wochen benimmt sich diese Person, als wäre sie dein bester Freund oder Partner, obwohl du dich noch in der Anfangsphase des Kennenlernens befindest. Dieses schnelle Herstellen von Vertrautheit kann ein Anzeichen dafür sein, dass die Person versucht, dich emotional zu binden, bevor du realisierst, was eigentlich ihr Ziel ist. Ein Bekannter hilft dir immer wieder bei kleinen Dingen, wie zum Beispiel beim Einrichten eines neuen Computers oder anderen technischen Problemen. Obwohl du diese Hilfe nicht unbedingt benötigt hast, nimmt er sich jedes Mal viel Zeit. Später fängt er an, dich um Gefallen zu bitten, die immer größer werden. Zuerst sollst du nur etwas für ihn abholen, dann bittet er dich irgendwann, ihm Geld zu leihen oder ihm bei einem großen Projekt zu helfen. Weil du dich verpflichtet fühlst, aufgrund der früheren Hilfsbereitschaft, findest du es schwer, Nein zu sagen. Das ist das sogenannte Reziprozitätsprinzip. In einer Freundschaft sagt dir eine Freundin oder ein Freund oft Dinge wie Ohne dich schaffe ich das nicht oder Du bist die einzige Person, die mich wirklich versteht, um eine emotionale Bindung und Schuldgefühle bei dir aufzubauen. Er oder sie erweckt den Eindruck, dass du ihn oder sie verlassen würdest, wenn du seine oder ihre Erwartungen nicht erfüllst. Wenn du beginnst, Grenzen zu setzen, zeigt er oder sie dir Traurigkeit oder Enttäuschung, um dich emotional zu manipulieren und dich in der Freundschaft zu halten. Auf diese Weise benutzt er oder sie deine emotionale Bindung, um sicherzustellen, dass du dich weiterhin nach seinen oder ihren Bedürfnissen richtest. Die Wahl der richtigen Manipulationstechnik hängt natürlich von der jeweiligen Zielperson ab und ist gegebenenfalls ein sehr komplexes Unterfangen. Egal, um wen es sich handelt, Ich kann dir garantieren, dass jeder Mensch einen ungesicherten Endpunkt in seiner API hat, an den man andocken kann. Da ich persönlich lange Zeit Schwierigkeiten im Lesen von Menschen hatte, insbesondere bei Dingen wie Smalltalk, dem Entschlüssel nonverbaler Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktionen, die auf magische Art und Weise zu einer festen Bindung führen, habe ich irgendwann angefangen, das menschliche Verhalten als Algorithmus zu begreifen, der bestimmten Regeln folgt. Dadurch bekommt man mit der Zeit ein sehr gutes Gefühl dafür, was die Absichten des Gegenübers sind und wann man seine eigenen Schutzbarrieren hochfahren sollte. Doch wie kann man Manipulationsversuche konkret erkennen? Wenn dir plötzlich ohne erkennbaren Grund viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als üblich, könnte das ein Anzeichen für einen Anbahnungsversuch sein. Das kann in Form von häufigen Komplimenten, unerwarteten Geschenken oder spontanen Einladungen geschehen. Wenn jemand versucht, sehr schnell eine enge Beziehung zu dir aufzubauen, obwohl ihr euch kaum kennt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass diese Person ein bestimmtes Ziel verfolgt. Besonders, wenn Themen angesprochen werden, die normalerweise erst in einer tieferen Beziehung relevant werden, wie beispielsweise familiäre Angelegenheiten oder das seelische Wohlbefinden. Wenn jemand oft sehr gezielte Fragen stellt, könnte dies ein Versuch sein, Informationen zu sammeln. Ein Beispiel wäre, wenn jemand gezielt nach deinen Interessen, Bedürfnissen oder Schwächen fragt, um dich in bestimmten Situationen beeinflussen zu können. Das kann sehr subtil geschehen und in manchen Kontexten fällt das gar nicht auf, wie zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch. Manchmal werden auch emotionale Manipulationen oder Schuldgefühle eingesetzt, um dich in eine Position zu bringen, in der du dich verpflichtet fühlst, einer Person zu helfen. Beispiele hierfür wären Sätze wie Ich habe dir doch so oft geholfen oder Du bist die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann. Wenn dir jemand immer wieder in kleinen Dingen hilft, die du vielleicht gar nicht benötigst, könnte das ein Versuch sein, eine Situation zu schaffen, in der du dich später verpflichtet fühlst, einen größeren Gefallen zu erwidern. Wenn du auf die Anbahnungsversuche nicht so reagierst, wie es die Person erwartet, könntest du Verhaltensänderungen feststellen. Die Person könnte distanziert, frustriert oder sogar aggressiv reagieren, wenn sie merkt, dass ihre Versuche, dich zu beeinflussen, nicht erfolgreich sind. Feind dir noch weitere Anzeichen zum Erkennen von Manipulationsversuchen ein? Dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.